Was geht? Was geht? Oh. Na ja, gut. Ähm. Edernol-technisch können wir es jetzt einmal so machen. D, 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 D. Ba, Bäm. Sle. Stufe 3. Machen wir es doch gleich mal so. Oh, wow. Jetzt schon nichts mehr. Na ja, gut. So, und jetzt können wir ja theoretisch. Leier Moll. D, D, D. Ja, ich behalte jetzt erst einmal die andere Waffe. Ach, schau mal, da fehlen wir 12 so Sicherheitsdinger, ne? Oh, okay. Oh, Gott, da fehlt mir ja auch noch voll viel. Also war das theoretisch aber noch umsonst. Alles klärchen. Dann hier die Jenny, die hat es hinausputzt, ne? Die schaut heute besonders gut aus. B, 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 Sle. Äh. Was doch, oder? Ja, also wie gesagt, mir fehlen jetzt noch diese Sicherheitsdinger. Theoretisch. Hm. Diese Sicherheitsdinger kriegt man im größten Fall. Also jetzt weiß ich auch, was sie mit ihrem Müll vorgehabt haben. Das ist natürlich schon eine harte Geschichte, ne? Das ist schon echt hart. Ähm, gut. Diese Sicherheitsdinger, was mir da fehlen, die kriege ich theoretisch, wenn ich diese Expeditionen mache. Und das werde ich dann jetzt auch bald machen. Aber, da ich jetzt halt hier bin, geht's da erst einmal no. Und vorher gebe ich denen noch ihren Bullshit zurück. Alles klar. Überlegt er das, hey. Noch habe ich Geduld. So, dann geht's ja mal weiter. Apropos. Ich habe ja jetzt ja nochmal 100 gerichtet, ne? Hm, hm, hm. Da war noch. Yes! Oder? Das ziehen wir doch gleich durch. Da wird durchzogen. Ja, und erste Expedition noch mit der Waffe. Die neuen Waffen, ne? Wenn ich hier das da mache, brauche ich auf jeden Fall, sollte ich auf jeden Fall neue Waffen haben. Deswegen das hier. Cross Paddery zurück und dann Expedition. Schau mal da wohl. Was, echt? Jetzt hat er das erste Mal was Sinnvolles gesagt. Wahnsinn. Wo denn? Dass er denn auch gleich 10 hat. Ohne Hilfe von außen hätten wir Prosperity verloren. Denke ich auch. Charmaine. Wo hat er denn jetzt gesehen den Sniper? Naja, gut. Weiter geht die Tour. Ah, da kann jetzt auch alles scheebauen. Sprengstoff. Ah ja, hier haben wir so die 3er, ne? Oh yes! Das wäre der Gaudi, hä? Hohohoho! Ich krieg mir nimmer. Ich krieg mir echt nimmer. Ah, gut. Ja, schlecht ist ja nett, die Sniper. Aber ich sage mal, es geht schon besser, ne? So war es vorbestimmt. Mhm, mhm, mhm. Haben wir da wieder ein paar so Arale? Weil wir jetzt hier nix geholt. Vielleicht finden wir was nützliches. Mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass man stirbt? Da war's, hei, hier, Molotov-Factyl, ne? Welch geschneddert! Hm, ich habe auch was gehört. Wie ist sich da drin versteckt, ne? So. Ach so, ja, ich brauche einen Schlüssel. Es sind Kräfte am Werk, die mir wohlgetan sind. Alter. Halt dein Bappen! Mhm, mhm, mhm. Warte mal, da war noch was, das wir dir mal kurz anschauen. Okay. Also, ich bin hier ringsherum g'laufen. Da kommt mir jetzt nicht so nahe. In die Hütten. Und da? Natürlich. Das ist ja ein ranziges Viecher. Jeder, wie er es will, ne? Wobei, ist ja eigentlich schon ein süßes Viechle, oder? Würde man als Haustier nimmer. So. Da liegt auch nur irgendwas. Da unten liegt, glaube ich, noch viel. So wie das ausschaut. Und scheinbar ist auch noch irgendwo ein Viech da, ne? Geht's da jetzt nicht weiter? Ich hätte da vielleicht mal einen Brief lesen können, ne? Theoretisch. Die hier gleich ausflippt. Schlüssel! Jawoll! Ähm. Ähm. Wow. Ähm. Ich komm hier nochmal raus. Äh. Äh. Ich glaub, das hört auch jetzt nicht das Brennen auf. Ah ja. Klar. Aber da unten muss ja... Ne. Ich komm hier nimmer raus. Äh. Äh. Ah, okay. Ach, das brennt hier alles quasi weg, hä? Ah. 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 Tja. Ah. Ja, das ist da unten, das will ich jetzt schon noch irgendwie ein wenig haben, ne? Moment mal. Da ist ja auch noch was, ne? Hier. 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 Da hat jemand geknackt. Ah, okay. Also schon mal wenigstens hier. Okay. Es ist ein wenig verwirrend hier in der Kirche. So, okay. Warum leuchtet denn der so, wenn er doch leer ist? Ah, so, ne, der leuchtet. Okay. Ah, okay. War das die Kiste, was ich da gesehen hab? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm. Ich denke, das war das schon. BABÄM! Hm, der Lattenkumpel. Drei Vorteilspunkte. Genau, das wollte ich ja auch mal gucken. 15 Punkte. Alles klar. Ja. Bast. In diesem Tal sind eine Menge guter Sachen versteckt. Aber ein paar der Verstecke sind echt verdammt gruselig. Ein Haufen alte Kirchen und Tarkatwände, auf denen irgendwas davon steht, sich vom Vater retten zu lassen. Der Vater. Ja, ja, ja. Ja, diese Leute hatten schon Probleme, bevor wir hier waren. Ja, der Vater hat seinen Namen hinterlassen, ne? Vater. Alles kann wiederverwertet werden. Das ist nur eine Frage der Fantasie. Das willst du nicht tun. Überlegt er das. Du willst denn ein Gesicht haben, Shemaine? Ah, da war wieder glücklicher. So, soweit Hammers. Ja, ja, ich hätte... Hm. Da hat's aber einer gekriegt, oder? Da ist ein wenig schlecht gelaufen für ihn da, das Ganze. So, und da vorne? Da war doch grad zwar gelber Rauch. Da wollt ihr schon mal hin. Jawoll. Genau. Ich kann's ja auch so machen, damit ich mal den sein Bullshit-Klaver nicht geben brauche. Ach, schau, der hat sich auch schon aufgestiegen, aufgewertet. Wie ever. Whatever. 19 Kills. Ach, schau, die haben schon beide 19 Kills. 43 Kills. Also, ich sag ja, die ist gut, ne? Die ist gut. Ich bin dann mal weg. Alles klärchen. Die Nana. 43 Kills. Die ist hart. 49 Eder Null. Ja, voll. Ja, voll. Ja, naja, ist ja auch voll, okay. Gut. Dann schauen wir mal, was er sagt. Dann machen wir die Reise vielleicht umsonst. Danke, dass du mir den Treibstoff besorgt hast. Jetzt können du, ich und La Grosse Patate tun, was wir am besten können. Highwayman abzockt. Moment noch. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber wenn ich jemanden mitnehmen kann, dann die Nana. Also, hört zu. Die Highwayman haben das Wrack eines Flugzeugträgers gefunden und verstecken dort Vorräte. Ah, die dachten, sie könnten das geheim halten, ne? Na, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Alles klar, Mon Cherie. Was meinst du, sollen wir sie besuchen gehen? Natürlich, Mon Cherie. Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Ah, haha, nur ein Witz. Die Highwayman werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verpiesen. Also, was du, ich bin kaputt. Alles klar, Mon Cherie, dann machen wir das halt einmal. Ja, ach so. Viele Tiere haben vergessen, was der Mensch kann. Deswegen sind sie heutzutage so mutig. Äh, los! Die Munition, wenn wir mitnehmen können. Okay, sobald du das Paket hast, so... Mhm, auf jeden Fall nochmal Munition. Die Highwayman werden ihm überall hinfolgen. Bonne Chance. Na dann... Let's go! Kommt man mit dem da rüber? Aber ich glaube, er nicht, ne? Gut. Gut. Und ich bin hier. Ja, Alter. Die kriegt's ja gar nicht mehr auf die Reihe, ja? Wir machen hier einen aufs Nigi und sie schreit da rum. Hier ist wo ne Rentnerin. Dann do this. Weggeschnattert. Nein, Gott. Na, dann mach halt er quer. Weggeschnattert. Was ist denn nun? Weil wir die Genichtsnutze. Ziehst du ja hier? Ich sehe ja die mir auch einige. Und das Lustige war, so ne Expedition, man kann ja immer noch alles andere plündern, ne? Aber dass jetzt da oben irgendwo keiner ist, das wundert mich ehrlich gesagt. Weil das ist strategisch ja eigentlich vom Vorteil, ne? Wenn man da aufpasst. Oder aufpassen sollte. Weggeschnattert. Und ich schnatter weg. Und ich schnatter weg. Okay, da ist nix. Also das Auto da, das riecht mich ein wenig auf. Da ist halt wirklich keiner, ne? Neig holt und weggeschnattert. Tja, einmal, wenn's das nett machen soll, ne? Ah, ich glaub, da kommt man hinten auf. Okay. Da riecht mich echt auf. Das Autodach. Das Autodach. Mhm. Mhm. Sehr gut. Die Highwaymen werden immer mehr Verstärkung schicken, also verschwinde keine Zeit. Du hast dir den Check-Bot und dann verschwinde. Du. 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 Äh. Geh zum Strand im Süd-Osten. Das ist nachher. Ja, jetzt erst mal hier rauskommen, ja? Was ist denn für uns da? Wer überhaupt jemand? Shit, shit, shit. Ja, ein Pickel! Ich klebe an dir wie Kleister! Ich geh da runter! Abverschalten! Jemand hat das Paket! Lass dir nicht entkommen! Du hast das Paket, aber jetzt musst du abhauen. Die Highwaymen werden dir alles entgegenwerfen, was sie haben, um dich zu stoppen. Hängern geht an! Mhm. Ich bin alliiert an! Ich bin alliiert an! Ich bin alliiert an! Mhm. Aufregende Mission auf jeden Fall. Da! Holt das Paket zurück und lass die sauren Dreck verrecken! Dreh! Hey! Ja! Ja! Der wie bärst mit Hilfe! Ja! Oh! Scheiße! Der Heli versucht zu landen! Jad das Ding hoch! Der Kopf war ja eh nicht in der Benutzung. Alles klärchen. Das läuft gut. Das läuft gut. Ach du, ich komme jetzt. Schätze, wir sollten schnell nicht von dir verschwinden. Auf geht's, weg. Bist du drin? Los, los, los. Los geht's. Na ja, das war ganz schön knapp. Du bist ein ihrer Hund, weißt du das? Gut, dass du auf unserer Seite bist. Das war heftig. Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, das war heftig, aber ich habe nicht die richtigen Kombinenden gekriegt, die ich mir eigentlich erhofft habe. Hallo Ma'am. Ach hier, da, Platine. Das war das, was ich brauche. Also die Schallgedämpfte, die ich habe, die ist ja eigentlich ganz gut. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich jetzt unbedingt gleich neu haben. Da, hier, da brauche ich diesen Spezial-Panda, den ich, äh, Leopard oder was, ever, ich zerlegen muss. Ja, ne? Ja, ne? Aber ich meine, ich habe jetzt eine gute, ne? Das wäre jetzt halt eine Idee. Hm. Aber wichtig wäre halt jetzt erst einmal ein gescheites Sniper. Boah, boah, was? Sechserzwanzig. Fuck. Gott. Ja, dann wart ihr aber auf jeden Fall noch damit, ne? Joseph, kümmerst. Ich würde mit diesem Arschloch in einer Million Jahre nicht reden, ne? Da hast recht, ich auch nicht. Grace kann nicht mehr so kämpfen wie früher, aber sie hält uns trotzdem alle am Leben. Auf ihrer Werkbank kannst du die besten Waffen herstellen. Und sie hilft dir, die Leute auszubilden, die du da draußen für dein Team findest. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Ach, hier, ach, da, ja, klar, hier, Werkbank, ne? Tja, liegt immer wieder was Schönes rum, ne? Ja, die mit ihrem hässlichen Gedan-Gesang, ne? Die geben ihr auf die Eier. Das ist nicht nur uns, sondern auch diese Kinder gerettet. Klar. Ja. An so einem Ort könnte ich eine Familie gründen. Ich, äh... Und auch nur noch... Eine Frau. Hm. Nee, also, wir wollen ihn ohne Sulfate entpflanzen. Mhm, mhm, mhm. Überall hört man das Baby, ne? Ich glaub nicht, dass das da hier so eine gute Umgebung fürs Kind ist, ne? Wo hängt denn das rum? Ich werde noch einen richtigen Sommer erleben. Und wenn es das letzte ist, was ich... Oh, es ist schön, dem Windeldienst zu entkommen und nur sprichwörtlich auf die Kacke zu. Aha, aha. Ich würde so gerne den Ernährungslager... Was haben wir da für schönes Zeug? So viele Proteine meine Fresse. Naja, wenn man den Garten ausgestattet hat, dann wächst da ein bisschen schönes Zeug, ne? Alles klar, dann hätte ich gesagt, dann war es jetzt das für ein Video. Hey, Leute, haut rein. Ciao. Was hat er gesagt? Das habe ich schon bei Carmina kaum überstanden. Das werde ich nicht nochmal wiederholen. Tut mir leid, Bean. Hat er gerade gefragt, was ein Orgasmus ist? Wikipedia wurde wiedergeboren. Ja, gut. Tschau.